Wenn du für jemand Besonderen etwas richtig Leckeres kochen möchtest, ist das das perfekte Gericht. Trüffelpasta. Sie kommt in 20 Minuten zusammen und ist wirklich zum Verwirken. Starte erstmal damit, Parmesan zu reiben und Linguini in reichlich gesalzenem Wasser zu kochen. Dann schmilzt du Butter in einer Pfanne und bist fast schon fertig. Wenn die Pasta al dente ist, gibst du sie zu der geschmolzenen Butter zusammen mit etwas Pasta-Wasser und dem Parmesan. Ordentlich rühren und schön anrichten. Zum Servieren mit Pfefferwürzen und schwarzen Trüffeln dünn über den Teller rupeln. Guten Appetit! Wenn du uns folgst, willst du jeden Tag kochen.